Auf der Homepage von Hanse Sound sind ein paar sehr interessante neue Mediabook Repacks gelistet, wie wir hier oben lesen können. Außerdem haben wir den Hinweis, mit einem Klick auf die Abbildungen erhalten Sie die Cover zum Download. Das finde ich auch schon mal einen richtig guten Service. Dann haben wir hier per Anhalter durch die Galaxis, dachte ich eigentlich, oder Galaxie, aber wenn, dann würde ein E fehlen. Ist jetzt aber vollkommen wurscht. Veröffentlichungsdatum 28.02.2022, drei verschiedene Cover-Varianten. Dann haben wir Parker. Um sauber zu bleiben, musst du schmutzig spielen oder mannschmutzig spielen. Gute Frau geht auch und mit Jennifer Lopez. Ja, ich denke mal, da würden wir gerne mal ein bisschen spielen. Außerdem haben wir da noch der Exorzismus. Kaum ist Jennifer Lopez im Spiel, geht schon wieder los. Der Exorzismus der Emma Evans, auch hier in drei verschiedenen Cover-Varianten und angekündigt für den 28.02.2022. Gut, dann schauen wir uns mal an, was wir hier dann alles für Informationen bekommen. Finde ich zum einen erstmal löblich, dass hier alles schön aufgelistet ist mit ER in Barcode. Gut, alle Cover-Varianten hier zu sehen sind, schön übersichtlich. Dann haben wir hier den Titel. Wir haben den Hinweis, dass alle Cover-Varianten auf jeweils 222 Exemplare limitiert sein werden. Außerdem ein 24-seitiges Booklet von Peter Osterried. Jo, endlich mal wieder Abwechslung bei den Booklets. Nicht nur immer derselbe Autor sozusagen. Dann haben wir den Hinweis, dass Cover A von Ralf Krause gezeichnet wurde sozusagen. Finde ich auch sehr schön, dass man hier auch mal ein bisschen sich das zu Herzen nimmt, was man über die letzten Veröffentlichungen, speziell Cover-Varianten und vor allem, was Jason Statham anbetrifft, ja, sich zu Herzen genommen hat und hier dann alternative Möglichkeiten sucht und die dann auch mal durchzieht. Sehr schön. Dann haben wir alle technischen Daten sind auf einem Soft-Tuber zu finden, denn die Media-Books verfügen ebenfalls über textfreie Rückseiten mit schönen Motiven. Also das ist natürlich sehr löblich, wenn wir schon reine Repacks haben, dann wollen wir auch ein bisschen Mehrwert haben, wenn es denn hier zu einem Kauf kommen sollte. Hier haben wir dann alles aufgelistet, da könnt ihr das einzeln durchgehen. Ja, also ich werde jetzt hier nicht nochmal alles per se durchgehen. Ihr könnt euch hier die einzelnen Sachen angucken mit Front, mit Schuber, ohne Schuber und so weiter und so fort. Hier haben wir sogar noch die J-Card-Rückseite und so weiter und so fort. Finde ich sehr cool. Dann haben wir eben hier alle Media-Books schon gelistet bei JPC. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich dachte mir, hey, 29,99 ist jetzt eigentlich so der Standard mittlerweile bei Repacks. Wir wissen es. Aber hier haben wir dann ein Media-Book-Cover-Variante 35,99 Euro. Wird hoffentlich nicht die mit Ralf Krause sein. Und ich habe dann mal nachgeguckt. Hier steht Cover D. Wir können hier nochmal drauf gucken. Deswegen sehr löblich, hier dann auch komplett die Übersicht zu haben. Und dann haben wir hier Cover-Variante D. Ob jetzt JPC da einen Fehler gemacht hat oder nicht, kann ich euch leider nicht sagen. Ihr seht es hier alles aufgelistet. Cover-Variante A. Natürlich mein Favorit. Aber die Geschmäcker sind natürlich verschieden. Und für jeden Geschmack dürfte hier dann auch was dabei sein. Cover-Variante E finde ich jetzt auch sehr interessant. Cover-Variante B habe ich als Jason-Fan, wie schon gesagt, natürlich als Steelbook zu Hause. Und ja, das denke ich mal ist dann hier zugesagt. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken. So, und hier habe ich Cover-Variante A nochmal vorbereitet und das Ganze auch runtergeladen. Dann können wir es uns so anschauen. Und ja, ich finde, das kann sich jetzt definitiv sehen lassen. Und ja, das sieht auch nach Jason Statham aus. Und ja, hier erkennt man auch sofort Nick Nolte und wer Jennifer Lopez ein bisschen näher oder länger verfolgt, wie ich schon zu Bundeswehr-Zeiten, der erkennt hier definitiv auch ein paar Merkmale. Auch wenn das beliebteste oder bekannteste Merkmal von ihr natürlich die Rückseite ist. Aber vielleicht ist das ja hinten drauf. Mal gucken, mal gucken. Okay, also machen wir weiter, Freunde, mit dem Exorzismus der Emma Evans. Hier haben wir, wenn wir schon mal auf den Zeichenstil hier gucken, denken wir, hey, das kommt uns doch etwas bekannt vor, oder? Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Zuerst einmal haben wir hier den Hinweis gezeichnet, Silberfoliendruck. Das klingt natürlich auch sehr interessant. Cover A limitiert auf 444 Exemplare. Cover B ebenfalls. Cover C auf 111. 32-seitiges Booklet. Also das ist natürlich auch sehr interessant. Auch hier der Hinweis textfreie Rückseiten. Das ist sehr schön. Als besonderes Extra für Sammler wurden alle drei Media Books mit einer matt kaschierten Silberfolie samt partieller UV-Lackierung veredelt. Okay. Darüber hinaus umfasst der Buch Teil 32 Seiten mit einem Text von Peter Osterried. Sehr schön, exklusiv für diese Veröffentlichung wurde ein Artwork von Timo Wirtz angefertigt. Cover Variante A. Also siehe da. Sehr schön, sehr, sehr schön. So wollen wir das. Gelistet ist das Ganze auch bei JPC. Allerdings hier bei 31,99 Euro ohne irgendeinen Ausreißer. Alles klar. Und dann machen wir weiter mit per Anhalter durch die Galaxis. Jawohl, hier passt es. Mit drei verschiedenen Cover Varianten. Hier natürlich meine persönliche Meinung, wie immer subjektiv. Da trifft jetzt keines der Cover Varianten meinen persönlichen Geschmack. Ich bin mir sicher, dass sich hier aber dennoch Fans und Käufer finden werden. Wir gucken uns an, was gibt es an Besonderheiten. 24-seitiges Booklet haben wir hier. Auch hier alle Rückseiten mit schönen Motiven. Jawohl, Cover A ist in diesem Fall von Carsten Mell gezeichnet worden. Also hier hat man drei unterschiedliche Zeichner engagiert. Man hat eine Auswahl. Wie gesagt, das ist immer subjektiv. Also von daher entscheidet selbst. Man gibt sich auf jeden Fall Mühe. Das finde ich gut. Und man hat hier wieder einen Textanteil oder einen Text mit von Peter Osterried. Das Ganze ist auch hier gelistet bei JPC. 32,99 Euro. Allerdings 28.02. So viel einmal dazu. Machen wir weiter mit Mediamarkt. Auch hier ist ein neues Mediabook gelistet. Annet. Zwei Disc Limited Collectors Edition. Wir sehen das Ganze hier von Alive. Alive hat einen eigenen Shop. Also gucken wir mal in den Shop rein. Aber auch da gibt es leider noch keine Abbildung. Die folgt demnächst angekündigt. Auf jeden Fall für den 22. April 2022. Das Ganze ist ein Film mit Adam Driver hier. Und er ist dann mit einer Opernsängerin liiert, spielt einen Comedian. Und die beiden tanzen hier durch ihre Traumwelt und bekommen irgendwann dann ein Mädchen geschenkt. Sozusagen Nachwuchs namens Annette. Annette, die ihr Leben komplett auf den Kopf stellen soll. Wie gesagt, 22. April 2022. Des Weiteren waren ein paar Mediabooks bei Preds Media angekündigt. Und zwar von The Initiation. Drei verschiedene Cover-Varianten. So schnell konnte man gar nicht schauen, wie schnell die alle ausverkauft waren. Ja, limitiert auf 222 Exemplare. 333 Exemplare. Nochmals 333 Exemplare. Ihr seht es hier. Leider kann man keine Cover-Variante mehr hier bestellen. Nein, ausverkauft. Bestellung momentan nicht möglich. Angekündigt zumindest für den 11.2. Und ja, ob da noch wieder was reinkommt oder nicht, werden wir sehen. Wenn ja, werde ich da auf jeden Fall berichten. Weiter geht es mit Jacob's Wife. Ja, hier bei JPC. Angekündigt auch als Mediabook. Meine Frau, der Vampir. Ich als Vampir-Fan finde das natürlich sehr, sehr interessant. Ich habe mir vorhin den Inhaltstext mal durchgelesen. Da geht es um eine Frau von einem Provinzpfarrer, die so ihr tröstes Dasein und Leben vor sich hin tuckern lassen sozusagen. Und eines Tages macht die Frau aber eine Bekanntschaft in einer Mühle mit einem Vampir. Und der beißt sie. Und ab dann steht ihr Leben auf dem Kopf. Ja, da werden wir mal gucken. Ab dem 22.04. auch das Mediabook angekündigt für 27,99 Euro. Dann Schluss mit den Mediabooks. Wir haben hier noch ein Steelbook angekündigt. Habe ich euch zuletzt im Ausland schon vorgestellt. Wir haben Glück. Es kommt auch zu uns. The Kingsman, The Beginning, haben wir hier 4K Ultra HD Steelbook für 32,99 Euro. Das ist doch mal richtig nice. Das Ganze ist auch bei Amazon gelistet. Zuerst für 39,99 Euro. Hat gefehlt. Naja, setzen wir jetzt mal einfach ein. Und gibt es jetzt aber auch hier angepasst an den JPC-Preis für 32,99 Euro. 90 angekündigt für den 10. März. Hier der Film hat ja gemischte Kritiken bekommen. Ich mag die Kingsman-Reihe eigentlich sehr. Und werde mich hier definitiv auch mal selbst noch davon überzeugen, ob das was taugt oder nicht. Aber zum Start definitiv hier nicht dieses Steelbook kaufen. Ja, da warten wir einfach ein bisschen ab und gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Weiter geht es zum Abschluss hier noch mit Dune. Zumindest was die Vorbestellertipps angeht. Hier hat Kochfilms endlich eine komplette Übersicht released. Also hier haben wir dann endlich mal alles aufgezeigt, was sich denn in dieser Edition beinhalten wird oder drin ist. Dune der Wüstenplanet Ultimate Collector's Edition angekündigt für den 17.02. Kochfilms Shop exklusiv. Wir haben hier ein Fotoband mit Entwürfen, Setfotos, dann eine Comic-Adaption, dann die 4K-Ultra-HD-Abtastung, die Blu-Ray-Version. Dann haben wir eine Disc mit neuen Extras und neuen Dokumentationen. Dann Disc 4 Video-Archiv, Audio-Archiv, Extended-TV-Version, Extended-Alternative-Version. Und Soundtrack ist hier auch noch mit am Start. Also ihr seht es hier, das absolute Nonplus-Ultra für alle Fans dieses Films. Und preislich sind wir hier bei 99,99 Euro. So, dann kommen wir, was habe ich denn hier noch vorbereitet? Ach ja, jetzt kommen wir noch zu ein paar kleinen Schnäppchen-Deals, falls ihr hier noch drauf Bock habt. Und zwar der Liebhaber haben wir hier, und da müssen wir wieder mal gucken, Amazon konntet so ein bisschen eine andere Aktion von Thalia. Hier haben wir, sie sparen 3,50 Euro. Das Ganze habe ich euch natürlich schon mal präsentiert auf meinem Kanal, Mediabook Unboxing Plus Review. Link dazu ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Genauso reduziert haben wir dann hier The Green Knight. Seit als das zuletzt im Angebot war, hier die 4K, habe ich noch gesagt, warum haben sie das Mediabook nicht reduziert? Jetzt können wir hier 5 Euro zumindest sparen. Ist ja auch nicht schlecht. Cry Macho haben wir dann hier im Steelbook. Hier sparen wir nochmal 3 Euro. Wie wir lesen können, 4K Ultra HD Steelbook. Der Film soll jetzt nicht der beste Eastwood sein, aber Eastwood geht eigentlich immer. Ich hatte das Steelbook zuletzt in der Hand, muss aber ehrlich sagen, auch 33,99 Euro halte ich für noch überteuert. Also da würde ich an eurer Stelle noch warten, aber ich wollte euch dennoch natürlich diesen Service hier liefern. Außerdem haben wir The Many Saints of New York und hier haben wir die Vorgeschichte der Sopranos. Das hatte ich ja auch zuletzt in der Hand gehabt bei meiner Blu-Ray Shopping Tour. Für 2,70 Euro können wir hier sparen, finde ich aber auch noch zu viel. Also wenn, dann unter 30 Euro. Dennoch natürlich der Service für euch. Hier kommen wir schon in die interessanteren Preisregionen. Und natürlich auch optisch, wenn die Scarlett mal hier wieder am Start ist. Und zwar 27,99 Euro. Und da sparen wir nochmal 2,50 Euro für ein Black Widow 4K Ultra HD Steelbook. Also kommen knapp über 25 Euro. Das ist doch natürlich schon mal eher nach unseren Vorstellungen. Dann haben wir noch der Rausch. Hier sparen wir 2,22 Euro. Gab es aber schon für 18 Euro noch was. Also hier, falls ihr euch den Film kaufen möchtet, wartet nochmal ab. Ich bin mir sicher, da kommt noch die nächste Aktion für alle Prime Kunden. Der Hinweis, der ist jetzt auch hier in eurer Mitgliedschaft dabei. Könnt ihr euch erstmal streamen und dann entscheiden, ob ihr den in eure Sammlung mit aufnehmen möchtet oder nicht. Wenn wir schon bei Programmhinweisen sind, dann hier nochmal der Hinweis. Ab heute die zweite Episode der Chucky-Serie auf Sky. Ab 20.15 Uhr. Ich habe mir die erste Episode angesehen und bin absolut nicht begeistert. Muss ich ganz klar so sagen. Kann diese positiven Kritiken nicht nachvollziehen. Chucky sieht cool aus, ist cool. Der Rest, leider nein. Aber mal gucken, vielleicht steigert sich die Serie ja noch. Ich werde da mal so 2, 3 Folgen abwarten und dann so ein kleines Zwischenfazit von mir aus für euch veröffentlichen. Und zu guter Letzt, somit schließt sich wieder der Kreishamme hier noch an Mediabook von Hansi Saud. Und zwar reduziert auf 24,45 Euro von Paris with Love Cover Variante B. Limitiert auf 333 Exemplare. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine Freunde. Und... Sabas!